Hectorino Mokechino Gaming Pels Was zu Verstehst du das? Kommt jetzt eine Rutschpartie Warst du das jetzt? Ja das war's Spiel vorbei Ah Hat er gerade ein bisschen braucht mit dem Laden von der Landschaft So Schauen wir mal wo wir jetzt hinkommen Also nicht der Mo spielt die linke Hälfte des Controllers Ich die rechte Hälfte des Controllers Ach du Scheiße Ein fucking Riese Ja aber ich glaub die sind tot Meinsch Nee Meinsch Das sind riesige Geier oder? Oh bitte so Oh schau mal Zehren Da kann man doch die Kartoffeln sehen Boah hat der edelhafte Fies Voi Teufel Ja dann Paule bist du das? Ich muss dran riechen Da Okay dann halt da Kann man irgendwas machen? Ich glaub Ah man kann sie hinsetzen auf der Bank Gott sei Dank Setzen wir uns einmal hin Ah Schöne Fies So schöne Fies Das war ein Haufen verreckt oder? Mhm ich glaub da war so eine kleine Schlacht von Riesen Eine kleine Schlacht von Riesen Ja Oder eine Riesenschlacht von kleinen Ah ekelhafte Fies Voi Teufel Kann man da was machen? Das ist ein Schwert oder? Mhm Glaub ich auch Ja Gott ihr habt nichts gedrückt Ja manchmal macht er das irgendwie Das ist wieder der Scheiß Controller den wir jetzt gerade in der Hand haben Nein nein Der ab und zu ein bisschen was macht was man gar nicht gedrückt hat Das macht er nämlich manchmal So Ich geh da hin Und dann ziehen wir mal oder? Nach rechts Schieben Gehen wir nach vorne Ja Ah Das ist ein bisschen ekelhaft Jetzt gehts wieder Wollte ihm High Five geben aber er hat nichts gemacht die Perle Die Drecksau Oh Das ist aber ein kleines Schwert Oh der hat einen Ballenzeh Der ist ja riesig Oh kann ich da hingehen? Paule Paule Das sind die Füße von Paule So ah da tröpfelt das Blut Oh Oh Weeeee Get down Get down Into the water Ehhh Ah ja gut Hast dich wieder festgehalten Ich mach das schon Sollen wir da rauf oder? Ah da können wir gar nicht rauf Okay Da hocken die Geier Die Geiers Die Geiers So Was passiert hier Ah da drüben kann ich dich Hoch Ich will aber erst gerne links gucken Was da ist Ich glaub du musst Da hoch Da musst du da klettern Damit sich der Ast runter biegt Und dann kann ich da hoch hüpfen Weißt du wie mein? Ja ja aber er möchte einfach grad nicht Jetzt möchte er Jetzt möchte er Ah Ja ich glaub das ist der beschissene Controller man Der wird aussortiert bald Mhm Gibt's dann Farbige Dann gibt's Farbige Einen roten Einen blauen und einen weißen Habe ich mich schon Ähm Zurechtgelegt Für bald Jetzt hat Naja Läuft doch So schnell Kann der Controller kaputt gehen Bring Und ich schmeiß den nicht einmal durch die Gegend Wie alt ist denn der jetzt? Wann ist die Playstation rausgekommen? Ich glaub kurz darauf Hab ich mir äh Ich weiß nicht wie lange gibt's denn die PS4 schon Drei Ich hab vier Jahre In die Länge Ich weiß es nicht Ich hab keine Mach's gut Mach's gut Ich hab keine Ahnung Aber jedenfalls so alt ist der Controller Und der lag eigentlich nur rum Wurde zwar benutzt Aber ich hab ihn nie rumgeschmissen Und jetzt irgendwie spackt er manchmal Wie Hölle Vielleicht hab ich einfach noch Pech gehabt Ja Ist das ekelhaft Mhm Da müssen wir bestimmt drüber balancieren So An dem Fuß würde ich nicht mehr Beteife Und Ach du Scheiße Was war denn da unten grad? Tja Was machst du? Äh Der checkt's not Ja also ich glaub der Controller ist einfach am Schissel Arsch Drecks Ding Sterben Ah Schau ich jetzt den Arm runterdrücken oder? Jupp Kuh 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 Ah Ah Oder ziehen Ah Ne doch schieben Jetzt auch Ja jetzt funktioniert da was Der hackt sie jetzt Oh nein der hackt sie jetzt das Bein ab oder? Oh Gott Oh So Weiter geht's Na also Du kleines Scheißkind Ich hock mich jetzt nicht auf die Bank Nee Es reicht Wir haben genug Tote gesehen Aber wer kämpft da eigentlich gegen wen? Kann man was machen? Äh 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 weiß ich nicht Riese gegen Riese Aber ansonsten habe ich keine Ahnung Ach da geht's weiter Okay Ich hätte den Kampf gern gesehen Ja voll Da ist eine Armbrust die müssen wir bestimmt starten Boah geil Ja komm wir nicht hoch Ja doch Jetzt müssen wir bestimmt beide dran ziehen Ja das sind wieder zwei Hebel Oh Oh dem einen voll ins Gesicht wahrscheinlich Oh Gott Hälsert Na ich glaube du musst den anderen Hebel noch betätigen Den kann ich eh glaube ich gar nicht Ja da muss ich wieder dran Jetzt ziehen wir's zurück den Kameraden Jawohl Als würden die das schaffen Sündung Und jetzt schießen wir eben sauber ins Gesicht Ach du Scheiße Oh Oh Hapa da Pampa Hapa da Hentai Ja ich hab's gemacht Hab's dir gefällt oder nicht Da geht's noch rüber Oder? Ah Jetzt haben wir ein Trophäe Ich will nicht da hin Ich will da wieder hoch Kannst du Pusten Dann machst du bestimmt So Ja dem haben wir sauber ins Gesicht geschossen Voll Alles schlecht Ah schau da antwortet jemand Mhm Mittermalen So Hüpfen die eigentlich von allein Oder muss ich da was Na aber R2 gedrückt halten Nee Der hüpft von allein Echt oder? Ja Ach du Scheiße Ist irgendein Blutkult Mhm Ja Oh Ich wollte die Kamera grad drehen Kommt man da weiter Ja Lass mal los Hast du was gedrückt? Ich bin nur nach drüben gegangen Oder ich geh grad nur nach drüben sozusagen Oh jetzt schau mal aus wie Sau Oh Das Spiel wird zunehmend ein bisschen crazier Aha Zunehmend? Zunehmend Das heißt mehr Ah Und jetzt sind wir in der Gang Jetzt sind wir richtig dabei man Das Aufnahmeritual Einfach mal durch den Blut Äh Wasserfall Latschen Hatschen Hatschen Ein bisschen Hatschen Oben hinterlassen Fußspuren Ja Jawohl Klopf wieder gegen den Topf Ist der echt? Ja Ist der aus Messing? Ist der aus Messing? Oder was ist der das? Jetzt sehen wir glaube ich wieder gut aus Ja Das ist keine gute Verarbeitung Das Menschen schon, oder? Die wollen das Mädel Oh, die müssen wir retten Den müssen wir schwängern Oder so Ist der Kleine auch kräftig genug Er weiß nicht was er tut Aber er tut es die ganze Nacht lang Na gut Und wie war es? Es war komisch mit dem Kleinen Ich weiß nicht was ich davon halten soll Ich glaube davon habe ich meinen Video Ausschnitt gesehen Von der Szene? Mhm Ich glaube es aber auch ja Das war glaube ich im Trailer davon? Ich weiß es nicht Ist der? Ne Dann müssen wir da zurück Ja So Ah Komm mal her Okay Dann ist lassen wir R2 gedrückt Wir müssen Yes Hast du es geraten oder gewusst? Ich habe es geraten Weil es war rot und dann dachte man Wir sind nicht rot Haaa Geh einfach mitten durch Mal schauen was passiert Jawoll Was geht Bitches? Passiert nur wenn ich jetzt R2 loslasse Ich bin euer King, lass es nicht Hau ab Ich küsse sie Ich küsse sie Ich küsse sie gerne Ich küsse sie gerne Ich küsse sie gerne Okay ich glaube jetzt müssen wir rennen Uh huh Wuuuuh Jetzt kommen sie alle nachher Jetzt kommen sie alle ja Wie geil Sehr gut Ah ja sauber Das ist ja brillant Dass da auf einmal so ein Wasserfall ist Direkt wir müssen nicht mehr brauchen im Blut gedrängt zu sein Jenaach 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 Helena was los Helena 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 genau Ah Ah jetzt geht es in ein Boot Was ist das? Keine Ahnung Schau mal jebe was da ist Oh ist dieser Baum Und der Kleine steht daneben so Oh Gott Nur so eine Behemmade Die Helena hat so viel Hürden wie ein späts Fleisch auf der Gnirscheine Wartens macht was gut und nein wir müssen jetzt beide rudern oder drückst du es nach vorne kommen wir da wobei der erste also ich mache weniger als okay alles doch ganz vor und zurück jetzt hat du kannst auch zurück rudern ja aber noch läuft ja so zurück und vollgas und weiter geht's so schaut noch gut aus aber das wasser wird mir gerade ein bisschen zu finster oh gott was ist soll man da anliegen legen da jetzt an ich glaube das wird nichts mehr anlegen ach du scheiße ist das für ein killer flipper ein killer flipper eine mischung aus aus ok und das heißt dann müssen wir irgendwie durchkommen von rechts rum oder ja ja gut ist okay da wo blubberblasen sind kommt auch da wahrscheinlich dann gleich auf also die blubberblasen auf weiter ok wir wissen da halten wir an ja aber da halten das nächste mal an wenn es wieder heißt mit einem controller mit einem controller wir sind so arm wir können uns keinen zweiten leisten ich bin mit einer hektar und mach's gut servus das ist doch crazy